Hallo, es ist endlich soweit! Monster Hunter World! Ja, ich freue mich! Endlich! Wir können, wir können spielen. Oh mein Gott, ah, jetzt bin ich nicht in die Emotionen gegangen. Ist nicht so wichtig. Auf jeden Fall. Ich bin so gehypt! Ich hab ja schon die Demo gestreamt und... Monster Hunter! Ich meine, ich liebe Monster Hunter. Monster Hunter World macht alles noch besser. Noch besser als davor, wie es das möglich ist. Ich weiß es nicht, aber es ist möglich. Ihr werdet es sehen. Denn dieses Spiel ist wundervoll, sexy und unglaublich erotisch. Ist es nicht das gleiche? Keine Ahnung. Auf jeden Fall wird das super. Oh mein Gott. Es wird natürlich auch neben Monster Hunter Double Cross laufen. Also Monster Hunter Double Cross geht trotzdem noch weiter. Und ich stream das Spiel auch noch. Muss man mal schauen. Und ich meine, wenn ihr mal mit streamen wollt oder sowas. Ja, ich rede da weiter. Ich werde den Abschied kurz machen. War nie gut mit Worten. Sobald ihr an Bord dieses Schiffes geht, gibt es kein Zurück. Der nächste feste Boden unter euren Füßen wird der der neuen Welt sein. Sollte jemand die Nerven verloren haben, möge er jetzt Kerk machen. Keiner wird es ihm vorwerfen. Sehr gut. Dann Mast und Schotbruch. Und möge der Saphirstern euren Weg erhellen. Oh, nice. Oh, was ist das? Oh. Oh. Fühlt sich ewig an, seit ich von zu Hause weg bin, um mich der Kommission anzuschließen. Also, nervös? Glaub mir, verstehe ich. Alles mögliche könnte uns da passieren, aber hey, da... Hey, bist du nicht einer der Top-Auswahljäger? Natürlich. Was? Im Ernst? Dir auch? Hey, verrat uns deinen Namen. Oh, und da können wir unseren Charakter stellen. Ja! Ich werde es nicht rauscheinen. Es wird wahrscheinlich ganz viele Folgen kommen und so. Ich wollte dieses Mal einen weiblichen Charakter haben, weil ich in Monster Double Cross und Tri-Ultimate schon im Let's Blade habe. Oder am Let's Blade bin, auch nebenher. Einen männlichen Charakter habe. Außerdem ist hier die Grafik von Nice. Oh, ja. So, Beispiel Charakter. Wir können schon mal ein Beispiel... Oh, es gibt mehrere. Äh, schon mal anders als in der Demo. Auf jeden Fall, ja. Jetzt kann ich so nebenher ja ein bisschen reden und so. Und ich weiß gar nicht, was ich nehme so als Beispiel. Ähm, hm. Ja, warum nicht? Egal. Ich werde eh alles umändern. So, ähm, ein bisschen näher reden. Und zwar gibt es da einen Discord-Server. Einen Community-Discord-Server von mir und so. Wo ihr auch alle mit dabei sein könnt, wenn ihr wollt. Wo ihr dann immer rausfindet, wann ich streamen. Oder, 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 vielleicht. Dann könnt ihr auch vielleicht mitspielen. Monster Hunter World und so. Also, falls euch das interessiert. Ja, ja. Ich muss jetzt überlegen, was nehme ich. Ich nehme einfach das Standorteil. Oh, Mann. Auf jeden Fall, ich bin schon gehypt. Ach ja, ja, weil, passt. Ich bin weiß. Ja. So. Ähm, ja. Also, in der Beschreibung ist das mit dem Discord-Server. Da könnt ihr dann rein, wenn ihr wollt, ja. Es ist noch komplett neu. Ich habe das alles erst umgebaut. Ich hatte davor keinen Community-Server, sondern ganz normal doch. Kann auch sein, dass irgendwas komisch ist. Egal. Ich muss jetzt erstmal schauen, was haben wir denn für Haare, ja. Was haben wir... Das ist da hier vielleicht. Ja. Ach ja, es ist übrigens Charakterstellung. Wird wahrscheinlich wieder eine Wahl brauchen. Tut mir leid. Hier, da, 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 da. Äh, hm, hm, hm. Also, ein bisschen Stand. Es ist das, was wir davor hatten, oder? Ja, gut, dann. Äh, hier. Oh, ja. Ach, hier. Hier kann man die Farbe ändern. Ja, ich habe eher so braune Haare. Ich wollte gerade sagen, ich habe eher so braune Haare, aber wir haben einen weiblichen Charakter, also wird das alles eh keinen Sinn ergeben. Aber nicht. Egal. Doch, wir sind jetzt ich. Ich, das ist ich und weiblich, okay? Wenn es Sinn ergibt. Augenbrauen. Oh. Augenbrauen. Ich bin schlecht mit Augenbrauen. Hier. Äh. Das sieht traurig aus. Keine Ahnung. Hm. Ich weiß gar nicht. Aaaaaaah. Voll äxtlich. Äh. Was gibt's noch? Hier einfach. Standard wirst du nicht. Standard ist immer gut. Standard funktioniert. Ich will nicht zu viel Zeit hier verbringen, obwohl ich das normalerweise gerne mache. Daran habe ich jetzt schon gewöhnt, weil ich schon so gesehen habe. Also müssen wir jetzt die Augen nehmen, das ist Wimpernlänge, ach so. Sieht man eh im Endeffekt nicht. Meine Augen ändern. Oh, ihr habt verschiedene Farben. Es ist lustig, dann nehme ich einmal grün und einmal braun. Warum? Weil ich habe zwar nur eine Augenfarbe in beiden Augen, aber es ist grün-braun. Das ist ja da ganz lustig. Ja, ja, hier. Oder braun-grün, ja. So. Hier, boah, zwei verschiedene Augen. Das ist ganz cool, dass man das machen kann. So. Das da hier, das ist auch nicht schlecht. Ich glaube, das da. Ja. Oh, Mund. Mhm, 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 mhm. Ach, es gibt wieder so viele. Mhm. Tututu. Die spuckt gleich, pass auf. Und... Ach, die macht den Mund auf und macht mal zu? Keine Ahnung. Ähm. Es sieht doch... So, voll, voll. Hehehe. Ihr wisst schon. Hehehe. Ach, egal. Ich weiß nicht, wie ich so erklären soll. Ein Bart wirklich? Ha! Nein! Okay. Verstehe. Nein, bitte nicht. Habe ich das jetzt... Ach so, das ist... Ich dachte, das wäre genauso krass, aber man kann nur ungefähr auswählen, wo es ist. So, das Make-up ist... Das ist Make-up, aber irgendwie ist es ja eigentlich... Egal. Mal schauen, vielleicht gibt's ja... Ich weiß nicht. Sollen wir da was? Ich meine, man kann den Charakter wahrscheinlich eh ändern. Wenn ich das hier jetzt nehme, was ändert sich? Ich sehe den Unterschied nicht, weil es halt so leuchtet. Boop. Boop. Was? Wir machen einfach mal weg. Ja? Einfach mal gar nichts. Wir können ja immer... Nein, nicht verwerfen. Bestätigen. Wir können es ja immer noch ändern. Make-up 2. Haben wir da überhaupt was? Wir haben standardmäßig... Ach, rote Bäckchen. Das kann eigentlich bleiben. Warum nicht? Ausdruck. Äh. Was? Ach, Vorschau... Y? Sieht voll gefakt aus. Okay, das sieht einfach nur... Bisschen bekifft aus. Und hier? Er sieht voll gefakt aus. Hehehehe. Und was ist das? Oh. Hehehehe. Ist mir gar nicht sicher. Wisst du was? Wir nehmen... Yeah. Smug. Voll Smug. Warum ist das hier Ausrufezeichen? Habe ich hier irgendwie... Schon DLC Sachen oder so? Ach, das da hier. Das ist glaube ich... Ach! Das ist das DLC Dingens. Äh, hier jetzt sowas nehmen. Hä, man sieht es gar nicht. Wie mache ich das? Ich kann doch hier unten bestimmt... Ich... Äh... Äh... Ich sehe gar keinen Unterschied. Ach, hier bei... Ne, Transparenz. Ach, Transparenz. Wieder zurück. Ne, können wir... Kamo. Das sieht komisch aus, so. Aber das ist... Das ist das... Das habe ich durch die Demo bekommen. Da kann man voll angeben. Glänzend. Ja. Hehehehe. Eigentlich ist es wahrscheinlich nicht so gut, aber... Sättigung. Sättigung ist immer wichtig, he? Nichts Wichtigeres als Sättigung. Hehehe. Ich glaube ich mach das weg, aber... Das ist ganz cool. Weil das haben wir da doch bekommen. Vielleicht sieht es ja mit irgendeiner Farbe ganz cool aus. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht. Ha! Ja! Jau! 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 Ah, okay, ich verstehe, okay. Cool, cool. Aber erstmal, oh je. Nächste Seite. Ich nehme auch mal das da. Oh, nein! Oh, jetzt habe ich es ausgewählt. Oh, ja. Da ist es doch. Ist doch egal, es ist so dämlich. Zum Glück, zum Glück habe ich ein Headset auf. Ich meinte natürlich Kopfhörer, kein Headset. So, wir können Anfangsrüstung, keine Rüstung, nein. Wir können uns einfach eine Anfangsrüstung geben. Ich meine, warum nicht? Das ist eigentlich, man hat eigentlich immer eine Anfangsrüstung. Das ist halt der Noop-Modus, äh, der Oberproben-Modus. Das sind die Noop-Modi. Ja, war eine Leder-Saz, warum nicht? Und dann würde ich sagen, wir können auch einen Hintergrund ändern. Gag? 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 deinen Partner getroffen? Hör dir das an. Wird wohl ernster draußen. Die Wellen werden größer. Das muss Landsichtung bedeuten. Du bist doch in der Top-Auswahl, oder? Hey, Mietz, Mietz. Ich bin keine Telepate, aber ich hab ziemlich gute Ohren. Oh, freut mich sehr. Ich bin übrigens auch in der Top-Auswahl. Du bist ein Wal? Oh, shit. Oh, shit. Ich kenne die Stelle schon, weil die kam ja schon bei irgendwelchen Events. Ich weiß nicht, ob es die E3 war, oder so. Oh, ich freue mich. Yo. Oh. Da ist unser Schiff. Jetzt können wir uns bewegen. Ich darf noch nicht schneller laufen, oder? Nein. Ich darf nur normal laufen. Hallo? Ist da jemand? Ja, hier bin ich. Okay, jetzt können wir. Yo. Oh, Mann. Ich kann endlich Wasser der Welt spielen. Ich kann es immer noch nicht glauben. Oh, hey. Du bist es. Yo. Ähm, ja. Wir müssen etwas unternehmen. Das hängt ein bisschen ab. Busschen ab. Ähm, okay. Hier sind wir nicht sicher. Hier entlang. Okay, ich gehe mal an. Hier kann man ja noch nichts sammeln. Oh, shit. Es fährt einfach auf Land weiter. Wir müssen hier weg. Ich habe eine Idee. Okay. Ah. Oh. Kamera, bitte. Da kann man sich schon ein bisschen an das Spiel gewöhnen, ja? Dass das Spiel gerne die Kamera übernimmt, ja? Jetzt kann man, glaube ich, auch mal rausstellen. Oh, shit. Ein Stein. Oh, wir sind gerade... Wie... Ist das gerade... Wie, als würde ich den Berg hochklettern? Oh, hier. Oh, Lava. Ach, weiter hoch. Okay. Man kann irgendwie auch... Oh, das haben wir noch nicht. Oh, shit, Mann. Ich kann ja auch schon so ein bisschen... Wie man spielt von der Demo her. Und wir haben es kontrolliert. Oh, shit. Wie ist die da hingekommen? Die hat sich teleportiert. Ah. Sturme. Hüah. Ich kann einfach weiter. Sehr nice. Oh, shit. Hüah. Ich wusste es. Ich bin's. Hüah. Hallo. Der Anhalter geht weiter. Wunder von der Ding. Na los. Okay. Es ist ein Monster. Holy shit. Schaut euch die Spots an. Ich hätte es kaum erwarten, gegen es zu kämpfen. Yo. Wie geil. Die neue Welt. Hype! Da war ein Ration. Und wer hat da los? Ich habe sie richtig gesehen. Yo. Ich muss vielleicht niesen. Bitte nicht. Okay. Ja. Es geht gleich wieder los. Ja, ich weiß nicht, wie der Anfang sein wird von dem Spiel. Ein Monster ist ja dafür bekannt, dass der Anfang relativ wenig Action ist. Die ja so Tutorial zeugt. Oder eher weniger Tutorials und einfach nur mehr... Es wird jetzt gesammelt. Aber da ist er mehr an den Westen angeschnitten, ist das Spiel. Weiß ich nicht ganz, ob das auch so sein wird. Mal schauen. Schief. Was ist denn das? Was ist denn das? Ein cooles Monster. Okay. Aber es ist mir jetzt erstmal... Ich kann das nicht ins Menü toll. Na ja, also Juck. Geh jetzt zur Wilde. Pflege! Geh zur Wilde, Expertin. Das habe ich im Zelt gefunden. Da ist eine Karte drin. Nun, zumindest ein Teil einer Karte. Oh. Okay. Oh. Sieht aus, als seien wir ungefähr hier. Hm. Die Einsatzbasis der Forschungskommission ist hier. Dort sollte unser Schiff eigentlich anlegen. Okay. Ich denke, es ist am besten, wenn wir fürs Erste zur Basis gehen. Alles klar. Die Karte sollte uns helfen, unseren Weg zu finden. Oh, bin ich... Was ich jetzt kurz machen will. In die Einstellung rein. Denn... Äh... Kopfrüstung, Anzeigen, Schadensanzeige an. Ich mache den Schaden... Ich lasse den an übrigens, weil ich finde es super cool, das Feature. Ja, ich geh um gleich. Anleitung... Äh... Die kann eigentlich oben rechts. Sie kann drin bleiben. Vielleicht später... Ja, will ich sie drin lassen? Ne, ich mach sie raus. Innovation West, Beitrittseinstellung automatisch akzeptieren. Okay, Untertitel... Lass mal drin, für euch. Richtungssteuerung. So, wegstecken. Tester hier muss unbedingt weg. Hier erstmal wichtig, die Einstellung. Oh man, nicht vertauschen. Startmenü Typ 2. Sehr wichtig. Verwegsteuerung. Hier, das passt. Startmenü Navigation. Okay. So, jetzt gibt es, glaube ich, nichts mehr. Vielleicht habe ich was vergessen. Hier, ich habe übrigens FPS-Modus an. Wir können ja mal irgendwann anders den Grafikmodus und sowas testen. Aber das ist jetzt erstmal, glaube ich, besser. Ach ja, sprach direkt automatisch aus. Okay. So, das waren die Einstellungen. Wir können jetzt mal losspielen und uns bewegen, juhu. Ja, ich komme. Halt's mal. Ich kann auch einfach hier lang, ja? Was machst du dann? Hier, den Ort kann man ja schon durch die Demo. Oh mein Gott, das sieht so nice aus. Das wird wahrscheinlich auch nicht die einzige Karte sein. Von der Demo kennen wir, glaube ich, sowieso schon eine andere Karte. Eine Wüstenkarte. Uralter Wald. Ich kann's gar mal erwarten, die Eiskarte zu sehen. Die Eismap. Schau mal. Das Hauptquartier der Forschungskommission. Los, auf geht's. Da ist auch unser Schiff. Das ist ganz wichtig. Wir haben keine Waffe. Schade. Aber, können wir schon... Wir können gar nichts machen. Toll. Wir dürfen auch noch nichts aufsammeln. Alles klar. Das heißt, wir müssen jetzt einfach so schnell wie ich da hinten. Dann renne ich mal hin. Sonst würde ich jetzt hier... Oh, ach so. Ja, ja. Laut Karte müssen wir nach links. Oh mein Gott. Wow. Ich dachte, man kann da lang. Aber das ist oben. Das ist schon zugemacht da hinten. Die Map sieht also schon ein bisschen anders aus. Oh, ich bin doof. Ein bisschen anders aus als... Wir müssen wohl einen Weg finden. ...in der Demo. Die Wildexpertin, die ist genauso wie in der Demo und hört einfach nicht auf zu reden. Oh Mann. Man könnte es hier eigentlich ausmachen, aber ich lasse mal anfangen. Ich sag's dir mal, was Interessantes. Wer weiß. Ich habe den Spähkäfern vorhin beigebracht, wie ich rieche. Das ist ein bisschen verstörend. Wenn du deine Augen verlierst, folge einfach den Spähkäfern, dann findest du mich. Okay. Alles klar. Einfach dem Geruch folgen. Ich merke schon. Ich merke schon, wir haben es mit einer... Mit einem Profi zu tun. Oh shit. Oh, Chakras. Wir haben aber keine Waffe. Schnief. Okay. Das sieht schlecht aus für uns. Was sollen wir nur machen gegen diesen kleinen Popelgegner, die uns kein Scham machen? Ja, ja. Sei ein Weichel, wenn du keine Waffe hast. Nein, Scherz. Wie, hier lang? Was will die? Ich bin auch hier. Ja, hier, ja. Verstecken. Ach so. Da bist du die blind. Sie sind in dieses Gebüsch rein. Ich seh sie nicht mehr. Sie müssen weg sein. Das ergibt Sinn. Tschüss. Was ist dies? Okay. Als nächstes geht's hier in die... Was willst du? Okay. Die Luft ist rein. Rechen wir auf, solange wir können. Doch. Tannen erteuschen. Ach. Ach, die kann doch. Ich nicht. Merke ich mir. Ich will auch. Ich will auch. Oh. Ja, toll. Die hat die Arbeit gemacht. Das finde ich gut. Die können leider... Ich will alles einsammeln. Man kann hier so gut sammeln. In diesem Spiel ist es super gut. Kann man hier Sachen sammeln. Das ist so nice. Du kommst schon noch alleine runter. Okay, gut. Ich dachte schon, die schafft es alleine nicht. Ja, ein bisschen... Ja, wir sind ganz nah dran. Hm. Ich renne einfach mal durch. Ich meine, es bringt ja nichts, wenn wir hier nichts machen. Hier sind auch noch gar keine Monster. Das wird dann wahrscheinlich im richtigen Spiel nicht so sein. Oh. Was ist das für eine Spur? Ja, das wirst du gar nicht wissen, was ich da gemacht habe. Ähä. Schau! Hä? Oh. Ach, du auch. Das ist aber toll. Ich dachte, du meinst die andere Spur. Ja. Ich hab's kapiert. Da drüben geht's weiter. Schauen wir uns das mal an. Ja, ja. Verdammt. Jetzt hab ich das schon eingesammelt. Mal schauen. Ich mein, die wir ja schon daran gedacht haben, richtig. Es erscheint nochmal. Cool. Oh, oh. Und tot. Ha! Der Choke. Grummo. Der Groß-Chug-Klass. Den Groß-Chuggy von diesem Spiel. Der kleine Noob-Chuggy. Können wir jetzt voll auf die Flasche gehen? Oh. 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 Hier entlang, schnell. Hey, los geht's. Bewegung. Bewegung. Ja, ja. Ich komm hier schon. Hätte ich da einen Großschwert, wäre der jetzt schon längst tot. Mann. Ich komm hier schon. Der ignoriert mich einfach. Hat Angst vor mir. Ja. Die rennen von mir weg. Jetzt geht wahrscheinlich das Tor zu, sobald der drin ist. Und dann. Ach, Groß-Chuggy, wir haben dich gerettet von diesem Monster. Oh, shit. Oh. Die haben Spaß. Nehmt euch ins Zimmer. Oh. 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 Der hat gerade fast unsere Beine abgehackt. Hey. Alles in Ordnung? Okay. Ja, gut. Yo. Und weiter geht's. Oh, ein Ladebildschirm. Wunderschön. Oh, Mann. Ich will, ich will, ich will endlich richtig spielen. Da-da-da-da-da-da. Ich weiß noch nicht, wann ich anfangen kann zu streamen und so. Ich weiß noch nicht, wann es so wirklich anfängt. Ich werde wahrscheinlich eh ganz, ganz, ganz viel dieses Spiel spielen. Sehr, 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 sehr viel, sehr viel aufnehmen, sehr viel streamen. Also keine Sorge, wenn die PC-Version kommt gleich nochmal von vorne. Also das ist jetzt kein Scherz. Obwohl, ja, mal schauen, mal schauen, wie ich das mache mit streamen und aufnehmen. So. Der Ladebildschirm. Natürlich. 30 Minuten schon. Nichts passiert 30 Minuten. Heftig. Der Rest der Fünften ist schon da. Ihr seid als Letzte eingetroffen. Reden jetzt. Ich werde das hier wahrscheinlich als Folge Null hochladen. Hey, ihr habt es geschafft. Weil da nichts passiert ist. Ihr seid am Leben. War hart, was? Als wir euch zwei nicht finden konnten, haben wir Angst bekommen. Habt uns Sorgen gemacht. Wir wollten schon nach euch suchen gehen. Aber Ende gut, alles gut. Hey, könnt ihr uns helfen? Entschuldige. Wir sehen uns später. Das hier ist unser Handelshof. Ein treffender Name, wenn ich das sagen darf. Sieh nur all die Leute. Und das Zeug. Unglaublich. Oder? Ja, wir haben alles vor Ort. Wir haben Jäger, die Erkunden. Gelehrte, die forschen. Techniker, die alles am Laufen halten. Das hier ist das schlagende Herz der Kommission. Wartet mal kurz. Kommandant, ich hab sie gefunden. Willkommen in Astera. Schön, dass ihr da seid. Irgendwie wusste ich, dass ihr es schaffen würdet. Wenn man so lange als Kommando hatte, weiß man, wer etwas kann und wer nicht. Ich würde euch natürlich gerne alles erklären. Allerdings will hier wirklich jeder was von mir. Um die wichtigen Dinge kümmern wir uns in der Ratssitzung, die ich abhalte, wenn es sich alles beruhigt hat. Ich erwarte natürlich, dass ihr zwei auch da seid. Euer Ruf eilt euch voraus. Ja, die Gilda hat euch beide in den höchsten Tönen gelobt. Kaum vorstellbar, was ihr wohl als Team leisten könnt. Ach ja, dein pelziger Freund hat nach dir gesucht. Das Sameting wurde vor kurzem hier angespült. Also schau dich in Astera um. Ein Horn gibt Bescheid, wenn es Zeit für die Ratssitzung ist. Nun geht schon. Und dann mal los. Oh. Okay. Cool. Das wird wahrscheinlich eine 40 Minuten Folge und so. Für das Tutorialzeug noch. Yeah, yeah, yeah. Das ist sehr nice. Die Schmiede, die wird wichtig. Man kann ja jetzt so viel cooles abhaben. Man kann jetzt auch die Waffen zurück verwandeln und kriegt dabei die Materialien zurück auch. Und irgendwie sowas. Ich weiß nicht mehr ganz. Das ist richtig cool. Ich kann mich übrigens gerade nicht schnell bewegen. Ja klar, das ist ja auch Monster der 5. Der Mann, der das Sagen hat. Mein Großvater war bei der ersten. Aber das war vor langer Zeit. Ja, oh. Ich gehöre zu keiner Flotte. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Ich war noch nie in der alten Welt. Oh. Alles klar. Das ist cool. Das ist ja, wir gehören zur 5. Flotte, weil das wie gesagt Monster der 5 so gesehen ist. Ich meine, es kam ja Monster der 4 und Monster der Generations. Hier kannst du Waffen und Ausrüstung herstellen. Aber Monster der Generations war ein Spin-off, kein richtiges Spiel. Schau dir das an. Möchtest du dich umsehen? Und halt kein Hauptspiel. Oh. So, wir schauen gleich rein. Schön warm. Ist wahrscheinlich... Oh. Hier könnten wir schon... Ah, nein, kommt nicht hier. Wer von euch weiß, wie man ein bisschen Spaß hat. Ähm, ich hab Angst. Äh, weil ich mich ein Charakter spiele, dann... Sollte man, glaube ich, ein bisschen Angst haben hier. Tschüssi. Hallo, du. Kantine hört sich gut an. Die Kantine? Ich bin dabei. Großmauer, ich finde ich gut. Du-du-du-du-du-du. Hier drüben. Warte mal, sprechen die nicht wirklich? Ich weiß nicht, ob die deutsche Synchro ein Kacke ist oder ob das mit Absicht zu ist. Also, dass sie einfach nur Sachen nicht synchronisiert haben, obwohl sie es sollten oder ob das normal ist. Das hier ist unsere Kantine. Oh. Ist noch. Hey, da drüben. Oh. Komm los. Hey, du. Oh. 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 Ich wusste, du schaffst das. Ist doch unsere Katze. Gut. Sie berufen den Rat ein. Aber ist sie nicht zu uns gekommen. Kommt. Ja, ja. Oh. Oh. Herzlich willkommen. Oh. Ein riesiges Monster mit einem Vulkan auf dem Rücken. Dabei mal drauf. Die Forschungskommission wurde beauftragt herauszufinden, warum die Drachenältesten in die neue Welt ziehen. Weil da keine Hunter sind oder? Eigentlich schon, aber nicht so viele. Die Drachenältesten leben seit dem Anbeginn der Zeit in unserer Nähe. Sie verändern das Ökosystem, raumen das Land neu und erzeugen eine Katastrophe nach der anderen. Etwa alle 10 Jahre strömen sie auf diesen Kontinent. Doch aus welchem Grund? Mithilfe der Fünften werden wir die fehlende Verbindung finden. Hört, hört. Jetzt wird's interessant. Jäger, ich möchte, dass ihr euch vorerst um unser Jagras-Problem und den Schutz des Hauptquartiers kümmert. Pff. Easy. Untersucht deshalb zuerst das Gebiet der Jagras. Findet heraus, wie sie ticken. Danach sehen wir weiter. Sind schon dabei, Sir. Die kleinen Jagras sogar nur. Alle anderen wissen, was sie zu tun haben. Sorgt dafür, dass diese Jäger alles Notwendige bekommen. Die Katze geht ab. An die Fünfte. Macht euch mit unserer Arbeitsweise vertraut. Hier sind gute Lehrer. Fragt einfach nach. Ihr habt ihn gehört. Haltet euch an mich, dann gibt es keine Probleme. Ja, du möchtest gern. Ich weiß, ihr werdet die Erwartungen erfüllen. Ihr seid der frische Wind, auf den wir gewartet haben. Okay, wegtreten. Oh yeah. Ja. Oh, achso. Du bist noch keinen ganzen Tag hier und hast schon deinen ersten Auftrag. Du bist wirklich bereit, dir die Hände schmutzig zu machen. Ach, nehmen wir dieses Jagras-Problem mal genau unter die Lupe. Aber dafür brauchst du zuerst eine Waffe. Ja. In deinem Raum gibt es eine Truhe voller Ausrüstung. Komm, ich zeig dir den Weg. Ja, gleich geht's los. Du tupu tupu. Bis dahin tue ich noch die Folge beenden. Sobald ich die Ausrüstung wählen kann, kann ich die Folge beenden. Okay, geh mal hier rein. Mein Raum. Oh ja. Äh, wir kriegen übrigens auch schon irgendwelche DLC-Sachen geschenkt. Ist, glaube ich, immer so, weil man stand da. Ich glaube, wir müssen dann mit unserer Raumkatze sprechen. Hey, das ist unser Platz. Hm. Hier. Unsere... Äh, genau. Wie heißt es? Hauskatze. Nicht Hauskatze. Ich hab den Namen vergessen. Okay. Darf ich? Können wir jetzt mit der hier reden? Oh. Ich hab's kapiert. Ich hab's kapiert. Wähle eine Waffe aus, die dir gefällt. Haushalte. Deine Ausrüstungsruhe ist, obwohl mir eine verdiene. Auf dem Fischmarkt wähle die Waffe aus, die am besten zu dir passt. Ach, ich darf... Okay. Ich weiß nicht, wo ich... Das hat am Anfang gesagt, wo man die DLC-Sachen herbekommen kann. Aber egal. Ausrüst... Ah, wir dürfen doch jeden erst. Also. Die 14 Jägerwaffen darüber. Ja, das ist jetzt erstmal... Das ist unwichtig. Wir wissen alles darüber. Ja, klar. Kein Tutorial. Wir haben hier eine Menge Waffen. Ich könnte auch schon jetzt schon auf Fernkampf gehen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was das allererste ist, was ich mitnehmen werde. Ich nehme einfach mal wahrscheinlich den da hier. Oh. Ich wollte noch nicht raus. Egal. Auf jeden Fall bende ich jetzt die Folge. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge geht es dann erst richtig weiter. Das war jetzt erstmal die Folge 0, wenn ich es so überhaupt nennen werde. Vielleicht nächste doch Folge 1. Wahrscheinlich nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall würde ich sagen, ich bende jetzt mal die Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.